Wie stelle ich eine Terminanfrage in Estas Connect? Ganz einfach. Ich melde mich an, gehe auf meine Geräte und wähle dann Service in einem Monat fällig aus. Ich kann hier ein oder mehrere Messgeräte gleichzeitig für den Service anmelden. In diesem Fall melde ich meine beiden Ollis ein. Einen für den jährlichen Service, den anderen zum Service und gleichzeitig für eine Reparatur. Hier trage ich auch gleich den Grund für die Reparatur ein. Die Pumpe ist defekt. Dann gehe ich auf den kleinen roten Einkaufswagen rechts unten im Bild, gelange in die Übersicht und gehe auf Anfragen. Dann klicke ich mich durch die Lieferbedingungen, wähle die Versandart, gebe an, ob ich einen Kostenvoranschlag wünsche und suche mir einen Wunschtermin für den Service aus. Zusätzlich kann ich meine interne Auftragsnummer schon einmal eintragen. Ich drücke dann auf Anfragen und erhalte rechts unten in einem kleinen grünen Kasten schon einmal eine Bestätigung, dass alles geklappt hat. Ob ich meinen Wunschtermin bekomme, bestätigt mir der Esther Service dann auch noch per E-Mail. 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 Vier ist derzeit, der Mitnde in der Wissenschaft, sich Möte und